Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, die Krone der Volksansicht gibt es ja nur einmal im Jahr und es freut uns ganz besonders, dass wir da mit dabei sind. Was singst du, Norbert? Geschrieben für die Ewigkeit. Und Stefanie? Ja, ich stehe seit 20 Jahren auf der Bühne und als Dankeschön für meine Fans habe ich ein Medley mit meinen schönsten Liedern mitgebracht. Ansi, was hören wir von dir? Du bist die Schönste. Du machst das Verlegen. Also, jetzt machst du das. Herr Stefanie, das warst du. Was singst du? Ich sing eigentlich so gut wie gar nichts. Ich führe das Programm. Ich bin der Moderator. Aha, ja. Und wann trittst du auf? Nach der Tagesschau in Österreich, nach der Nachrichtenzeit im Bild. Gunter? Ja. Das ist jetzt. Jesus, bis dann. Wir drücken dir den Daumen. Toi, toi, toi. Toi, toi, Gunter. Die Krone der Volksmusik 2004. Wer wird sie heute Abend bekommen? Sie erleben es bei der Gala der Sieger des vergangenen Jahres mit Riverdance, den Geschwistern Hofmann, Freddy Quinn, Stephanie Hertel, den Kastelruter Spatzen, Jantje Smit, Francine Jordi, Uwe Busse, Hermes Hausbendt, dem Original-Nabtal-Duo, MDR-Deutsches Fernsehballett, Hansi Hinterseer und vielen anderen. Das ist jetzt. Live aus der Stadthalle Chemnitz Nicht nur unter Änderung. Wir haben. Wir haben. Ich freue mich, dass ich heute in den tiefsten Tönen das hohe Lied der Volksmusik singen darf. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Deutschland und in Österreich zur Krone der Volksmusik 2004. Diese Sendung beginnt ja traditionell mit einer Opernmelodie, dem Triumphmarsch aus AIDA. Und ich finde, das passt ganz gut zusammen. Der Gastgeber, das bin ich, ist von Hause aus schließlich Opernsänger. Ja, und dann geht es in der Oper von Verdi an der Stelle mit dem Marsch um die Heimkehr der Sieger. Und unsere Krone wird natürlich auch in diesem Jahr wieder ein wahrer Triumphmarsch der Sieger sein. Denn wir präsentieren Ihnen die Sieger aller Hitparaden und Wettbewerbe der volkstümlichen Musik. Und wir vergeben sieben Kronen der Volksmusik für die Besten der Besten, die spektakulärsten Auftritte und die erfolgreichsten Lieder. Zu den strahlenden Siegern des Vorjahres gehört auf jeden Fall die Nummer 1 des Grand Prix der Volksmusik 2003. Meine Damen und Herren, hier ist Marc Pircher. Applaus Ich war am letzten Samstag in meinem Stammlokal. Da kennt mich halt auch jeder, ja, das ist ganz normal. Da seh ich die dort sitzen, ganz einsam und verloren. Ich lag die auf, ein Glas allein, und hab dir gleich geschworen. Hey, Irndl, spürst du, so wie ich, bis in mir brennt und kracht. Hey, Irndl, schau mich doch mal an, was hast du aus mir gemacht? Ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus, hast du dir den Kopf verrat? Ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Du hast mich so nett angelacht, hast gesagt, komm hoch die her. Ah, wenn's da bisserl g'schamig bist, so ist es kein Mal leer. Die Zeit bleibt heut für uns zu verstehen, das ist doch wunderschön. Bevor die dir der Busserl gibt, muss ich dir noch gestehen. Hey, Irndl, spürst du, so wie ich, bis in mir brennt und kracht. Hey, Irndl, schau mich doch mal an, was hast du aus mir gemacht? Ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus, hast du dir den Kopf verrat? Ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Ich weiß nicht ein, ich weiß nicht aus, hast du dir den Kopf verrat? Ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Ja, ich glaub, ich bin verliebt, denn die, für mich ist alles schwarz. Marc Kirche, wer wie er im Zillertal auf die Welt kommt, dem wird mindestens eine steirische Harmonika in die Wiege gelegt. So sagt man. So einer hat die Volksmusik schon im Blut. Und ich, der, also wie ich, in Eisenberg in Thüringen geboren wurde, bei dem gehört die Thüringer Bratwurst schon zur Babynahrung. Und außerdem hat er nur Klöße im Kopf. Das ist natürlich alles nur ein Klischee, denn, dass unser nächster Gast einmal beim Grand Prix der Volksmusik auf Platz drei kommen wird, ist ihr sicherlich nicht an der Wiege gesungen worden. Die stand nämlich im südindischen Kerala. Aber ihre Heimat, das ist das Grödenertal in den Dolomiten. Tja, Heimat entsteht nicht immer dort, wo die Wiege steht. Meine Damen und Herren, hier ist Welsi. Irgendwann in jedem Leben ist ein Wunder mal geschehen Und es lässt dich einfach schwebend weitergehen Denn du spürst es mitten durch die Seele wehen Heimat entsteht, wo man Liebe erfährt Wo das Haus von den Eltern dir eine Zuflucht gewährt Ja, Heimat entsteht, wo man deutlich verspürt Wie die Wärme der Herzen die Seele berührt Auch für mich ist es geschehen Als ich meine Heimat fand Denn mein Herz fing an zu sehen Unverstand Ja, mein Südtirol Ja, mein Südtirol Das ist mein Heimatland Heimat entsteht Wo man Liebe erfährt Wo man Liebe erfährt Wo das Haus von den Eltern dir Eine Zuflucht gewährt Ja, Heimat entsteht Ja, Heimat entsteht Wo man deutlich verspürt Wie die Wärme der Herzen die Seele berührt Und ein bunter Regenbogen Der geht auf in meinem Herz Denn ich spürt Denn ich spürt Das ist mein Zuhause Heimat entsteht Wo man Liebe erfährt Wo man Liebe erfährt Wo das Haus von den Eltern dir Eine Zuflucht gewährt Ja, Heimat entsteht Wo man deutlich verspürt Wie die Wärme der Herzen die Seele berührt Wo das Band tiefer Freundschaft nie mehr vergeht Wo die Herzen zu Hause sind Ist wo Heimat entsteht Die deutsche Wirtschaft ist ja Im Großen und Ganzen doch eher zufrieden Also, dass das Jahr 2003 endlich vorbei ist Aber es gab natürlich auch Unternehmen Die trotz allem sehr hübsche Zahlen geschrieben haben Zum Beispiel ein gut gehendes Tochterunternehmen Aus Messkirch Mit zwei reizenden Töchtern des Schwabenlandes Vier ausverkaufte Tourneen Eine goldene Schallplatte 15-jähriges Bühnenjubiläum Eine Ehrenbürgerschaft 250 Auftritte Über 100.000 Kilometer Autobahn Und ein Sieg im Wettbewerb Um die goldene Stimmgabel Das ist die vorläufige Jahresbilanz 2003 Für Alexandra und Anita Herzlich Willkommen Mit der Macht der Gefühle Den Geschwistern Hofmann Die Gefühle sind oft wie Flammen im Wind Wer fragt da schon, wie vergänglich sie sind Niemand ist stärker als sie Die Macht der Gefühle Du kannst dich nicht wehren Ich kann nichts dafür Dass etwas geschieht, was ich tief in mir spür Etwas, das alles besiegt Die Macht der Gefühle Gefühle Gefühle, die unsterblich sind Das ist kein Lehrer wahr Vielleicht ein Traum zu viel Den ich ohne dich Gar nicht träumen kann Doch ich glaub daran Du gibst mir dieses Glücksgefühl Für das ich leben will Du weißt, dass ich nicht spiele Mit der Macht der Gefühle Gefühle sind da Es gibt kein Vorbei Wer einmal so liebt Der ist nie wieder frei Etwas vergeht, doch es bleibt Die Macht der Gefühle Gefühle tun gut Und manchmal auch weh Kann sein, dass ich irgendwann Sag, ich geh Du weißt ganz genau, was mich hält Die Macht der Gefühle Gefühle, die unsterblich sind Das ist kein Lehrer wahr Vielleicht ein Traum zu viel Den ich ohne dich Gar nicht träumen kann Doch ich glaub daran Du gibst mir dieses Glücksgefühl Für das ich leben will Du weißt, dass ich nicht spiele Mit der Macht der Gefühle Gefühle, die unsterblich sind Das ist kein Lehrer wahr Vielleicht ein Traum zu viel Vielleicht ein Traum zu viel Den ich ohne dich Gar nicht träumen kann Doch ich glaub daran Du gibst mir dieses Glücksgefühl Für das ich leben will Du weißt, dass ich nicht spiele Mit der Macht der Gefühle 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 Vielen Dank. Das ist der Grund, warum so viele Moderator werden wollen. Dann steht man irgendwann zwischen zwei reizenden Töchtern. Ich gebe zu, das sind die Höhepunkte. Ihr seid heute hier, weil ihr Sieger bei der Goldenen Stimmgabel gewesen seid. Vor wenigen Jahren wart ihr da, weil deine Hochzeit ein großes Medienereignis war. Wann war das? Das ist schon zweieinhalb Jahre her. Hat sie sich seither sehr verändert? Nö. Gar nicht? Nö, ich bin immer noch gleich verliebt und gleich nett zu meiner Schwester. Und du schwimmst noch auf der Jolle, auf dem großen Ozean und der Hafen der Ehe ist nicht im Sicht. Wieso? Interesse? Ja, als... Als Schwiegervater müsste ich mit meinem Sohn mal reden. Also die Ehe, eine langjährige Ehe zumindest, die birgt ja auch Riesen, Risiken und Nebenwirkungen. Ich kann davon überhaupt nicht berichten, kann nicht klagen. Ich habe in 14 Tagen Silberhochzeit. Nein. Ja. Ja, 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 ja. Und kein grauer Alltag, die Haare sind natürlich etwas grau geworden. Ich wünsche dir in zweieinzweinhalb Jahren eine schöne Silberhochzeit. Und jetzt schauen wir uns mal einen Ehepaar an, das auch schon seit 24 Jahren verheiratet ist und in diesem Jahr, Ende des Jahres, Silberhochzeit hat. Und ich glaube, die kennt ihr irgendwie. Guckt mal hin. Also ich kann nur sagen, Anita Alexandra, lieber Gunther, das Schönste an seiner Ehe sind eigentlich die vielen gemeinsamen Erlebnisse, die man hat, von denen man auch lange, lange zehren kann. Und das macht eigentlich erst so eine Beziehung Richtung jung und frisch. Habe ich recht, Mariantl? Ja, Michael. Ich kann mich noch gut erinnern, ich glaube, es war so gegen Anfang der 90er Jahre oder so. Nein, 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 nein. Das war Ende der 80er Jahre. Da wollen wir uns wenigstens aufs Jahrhundert einigen. Gerne. Okay, also wir waren auf alle Fälle unterwegs zu einem Auftritt in der Stadthalle in Balingen. Nein, Schatzelein, das war die Stadthalle in Chemnitz. Nein, Mariantl, bitte verstehst du das nicht? Gegen Ende der 80er Jahre gab es Chemnitz noch gar nicht. Da hieß es noch Karl-Molk-Stadt. Finde ich das? Stimmt. Aber, du sollst ja nicht unbedingt recht haben, aber es war ja so, dass die Liesl damals auf uns zugeschossen kam. Nein, die Gerti hat mich angesprochen. Nein, das war die Liesl. Das war die Gerti. Bitte, Anita Alexandra, wie heißt euer Mama? Liesl. Liesl. Also die Liesl kam. Na gut, dann hast du auch. Und im tiefsten Schwäbisch kam sie auf uns zu. Ja, und weißt du, was sie gesagt hat? Ich habe zwei Mädchen, die können so gut singen, die müsste sie einmal hören. Und dann hat sie uns eine Kassette in die Hand gedrückt. Und wir haben sie uns angehört und wir zwei waren sofort begeistert. Na, du nicht. Freilich war ich begeistert. Ich habe dir doch damals gesagt, wie toll die beiden singen können. Ja, und du hast mir auch gesagt, wie toll die beiden ausschauen. Und wolltest du, dass ich in Zukunft nur noch ältere Herrschaften produziere. Sie waren ja auch damals noch ganz, ganz junge Mädels. Ja, aber die werden ja von selbst älter. Und wir haben sie unter unsere Fettiche genommen und ihr erstes Lied war dann auch gleich ein sensationeller Erfolg. Ich kann mich noch gut erinnern. Alle Narben dieser Erde. Hier ist natürlich alle Farben dieser Erde. Ja, du hast dir recht, ist auch egal. Aber es war ein wunderbarer zweiter Platz beim Grand Prix der Volksmusik in Rostock. Das war in Balingen, Schatzilein. Nein, Marianne, das war in Rostock. Also damals habe ich schon festgestellt, auf alle Fälle, dass sie sehr, sehr vielseitig sind. Ja. 15 Instrumente. Nein, 17 Instrumente mit Maultrommel und Triangel dazugerechnet. Also unabhängig davon, meine Damen und Herren, die Karriere der beiden konnten sie natürlich die vielen, vielen Jahre im Fernsehschirm bewundern. Und eines muss ich Ihnen jetzt noch sagen, glaubst dem ja nichts mehr, was der alles sagt. Ich hätte Ihnen gesagt, hören Sie nicht auf das, was Sie sagt. Lassen Sie sich lieber einfach überzeugen, denn die beiden spielen fast wirklich jedes Instrument. Und Sie können fast alles. Auf die Läse hoch, das Leben hoch, die Liebe tralalala. Auf die Sonne, auf die Reben, auf die Liebe tralalala. Wenn der Tanz und die Schau ist für uns dann stört, später aus, ja dann kommt, und das kommt, hier ein vierfacher Applaus. Ja schon, wie für sie zu. Die Krone der Volksmusik geht an das erfolgreichste und vielseitigste Duo der Volksmusik. Nämlich an Anita und Alexandra, die Geschwister Hofmann. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Sohn reden wir nochmal, ne? Ich finde es ja wunderbar, dass ihr noch zum guten Ende gekommen seid. Ja, danke. Ein Ehepaar erzählt eine Laudatio. Ja, das ist wunderschön. Aber ihr habt dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt. Euch herzlichen Glückwunsch! Vielen herzlichen Dank, euch allen vier. Danke schön. Viel Spaß! Vielen Dank. Vielen Dank. Lieber Gott, ich sah die Welt in meinen Träumen. Lieber Gott, da war kein Elend und kein Krieg. Lieber Gott, ich sah kein Kind vor Hunger weinen. Liebe Gott, vielleicht sei ich das Paradies, wenn die Macht der Träume unsere Welt regiert. Würden Herzen nie mehr weinen, weil die Menschen sich vereinen zu einem großen Traum. Wenn die Macht der Träume, wenn die Macht der Träume über Grenzen geht, wird das Gute immer siegen, bringt der Erde ihren Frieden. Dieser Traum, dieser Traum ist dein Gebet. Liebe Gott, ich sah die Welt. Liebe Gott, es marschierten die Soldaten. Liebe Gott, ich sah die Welt. Liebe Gott, in meinen Träumen längst nach Haus. Liebe Gott, ich sah die Welt. Liebe Gott, soll diese Welt auf Wunder warten. Liebe Gott, oder sind sie schon verbraucht? Liebe Gott, wenn die Macht der Träume unsere Welt regiert. Wenn die Macht der Träume unsere Welt regiert, würden Herzen nie mehr weinen, weil die Menschen sich vereinen zu einem großen Traum. Liebe Gott, wenn die Macht der Träume über Grenzen geht, wird das Gute immer siegen, bringt der Erde ihren Frieden. Dieser Traum ist dein Gebet. Lieber Gott, zum Träumen ist es nie zu spät. Lieber Gott, zum Träumen ist es nie zu spät. In diesem Jahr, meine Damen und Herren, wird es in Deutschland 14 Wahlen geben. Ich denke, da wird es auf eine Abstimmung mehr oder weniger auch nicht mehr ankommen. Und deshalb haben Sie heute Abend bei uns hier schon einmal die allererste Wahl. Unsere Krone ist zwar, wie der Titel schon sagt, eine eher königlich-kaiserliche Veranstaltung. Aber wir wollen doch mal ganz volkstümlich und demokratisch herausfinden, welches ist das beliebteste deutsche Volkslied. Das Volk selbst, also wir alle zusammen, können das in den nächsten anderthalb Stunden entscheiden, wenn wir entsprechend wählen. Und zwar immer die Telefonnummer, die zu unserem Lieblingsvolkslied gehört. Dazu erst einmal die Telefonnummer, die für alle gilt. Das ist für Deutschland die 01378 7801. Und dann die Ziffern Ihres jeweiligen Favoriten. Die Zuschauer in Österreich wählen bitte die 0049 1805 2799 und fügen die Nummer Ihres Lieblingsliedes an. Und hier sind die zwölf Kandidaten, von denen wir einem die Krone geben wollen. Glück auf, Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt, und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Im Frühtaus zu Berge, wir ziehen Fallerab, es grünen die Felder und Föhnfallerab. Wir wandern ohne Sorgen, singen in den Morgen, doch hier im Tale die Hähne krein. Am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum. Ich träum' in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Ich schnied' in seiner Rinde so manches Liebewort. Es zog in Freude und Leide zu ihm mich immerfort. Zu ihm mich immerfort. Lustig ist, dass Zigeuner leben, Fall ja, Fall ja, ho! Brauchen den Kaiser keinen Zins zu geben, Fall ja, Fall ja, ho! Lustig ist es im grünen Wald, wo es Zigeuners Aufenthalt Fall ja, Fall ja, Fall ja, Fall ja, Fall ja, Fall ja, ho! Das Wandern ist es Müllers Lust, das Wandern ist es Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Müller sein, dem niemals fiel das Wandern ein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern, das Wandern, das Wandern. Im schönsten Wiesengrunde ist mein Heimathaus. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Dich, mein stilles Tal, grüß' ich tausendmal. Da zog ich manche Stunde ins Tal hinaus. Wenn alle Brünglein fließen, so muss man trinken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, tu ich ihm winken. Wenn ich mein Schatz nicht rufen darf, Julia rufen darf, tu ich ihm winken. Wem Gott will Rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Wem will er seine Kunde weisen, in Berg und Wald und Strom und Feld. Und was kommt von draußen rein? Holla hi, holla ho! Wird wohl mein feins Liebchen sein. Holla hi, ja ho! Geht vorbei und schaut nicht rein. Holla hi, holla ho! Wird's wohl nicht gewesen sein. Holla hi, ja ho! Holla hi, holla ho! Es waren zwei Königskinder, die hatten einander so lieb. Sie konnten zusammen nicht kommen, das Wasser war viel zu tief. Das Wasser war viel zu tief. Du, du, legst mir im Herzen. Du, du, legst mir im Sinn. Du, du, machst mir viel Schmerzen. Weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weiß nicht, wie gut ich dir bin. Ade, zur guten Nacht. Jetzt wird der Schluss gemacht, dass ich nur scheiden. Im Sommer, da wächst der Kling. Im Winter, da schmeißt den Schnee, da komm ich wieder. Applaus Vielen Dank euch allen. Aber jetzt kommt es nur noch auf ihre Stimmen an, meine Damen und Herren. Wählen Sie das beliebteste deutsche Volkslied. Die Telefone sind geschaltet. Ich freue mich jetzt auf eine der bekanntesten und beliebtesten Schauspielerinnen Österreichs. Herzlich willkommen, Waltraud Haas. Grüß die Hand, Negebaum. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Mit meinem Kronenmann, würde ich sagen, habe ich sehr, sehr viel gespielt. Bin mit ihm aufgetreten und bin sehr, sehr gerne mit ihm aufgetreten. Das hat aber jetzt noch nichts damit zu tun, warum er geehrt wird. Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass ich das große Glück hatte, zehn Filme mit dem berühmten Hans Moser zu drehen. Aber die beiden verbindet etwas. Es ist nämlich so, dass mein Kandidat ein ganz großer Fan von Hans Moser war und ihn beinahe so gut nachmachen kann und so gut nuscheln kann wie das hellige Hans Moser selber. Es ist so, dass seine Frau mir zum Beispiel gesagt hat, manchmal kann er schon auch mosern. Wenn zum Beispiel bei einer Sendung nicht alles so hundertprozentig klappt, da kann er dann schon grantig sein oder zwider, wie wir bei uns in Österreich sagen. Aber das ist einfach, weil er ein hundertprozentiger Perfektionist ist. Die von ihm erfundene, legendäre, große Sendung wurde vor 20 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen präsentiert. Es folgten viele, viele Sendungen im In- und im Ausland vor einem Millionenpublikum. Sogar in China, in Kanada, in Amerika, in Australien, in Russland gab es Live-Sendungen. In Argentinien und in Russland durfte ich dabei sein und ich muss sagen, ich habe ihn schwer bewundert. Ich stand hinter der Bühne, wartete auf meinen Auftritt und plötzlich sprach er in perfektem Russland herzlichen Gruß und herzlich willkommen. Und ich sage Ihnen jetzt, für die Krone der Volksmusik, für einen Mann, der Fernsehgeschichte gemacht hat, für den erfolgreichsten Moderator und Präsentator volkstümlicher Musiksendungen im deutschsprachigen Raum, für Karl Moik. Ich danke dir. Jetzt müssen wir aber nachworten, den Hans Moser. Sag einmal was. Ja, ich habe die Erde. Du, ich soll dich von deinem Heimatland grüßen. Ich komme soeben von Bad Hofgastein. Wir grüßen dich alle herzlichst. Das ist sehr nett. Ich danke dir. Alles Liebe und toll, toll, toll weiterhin. Danke dir, Hasi. Er möchte sicherlich erstmal Dankeschön sagen, denke ich, oder? Deine Brille. Danke. Brauche ich nicht. Und dein Zettel. Den habe ich nicht gebraucht. Es muss Ordnung da sein. Hasi, Dankeschön, Servus. Ich bin sicher, ein Riesenapplaus noch für die Hasi. Ja, aber. Jetzt bin ich fast sprachlos. Ich freue mich über diese Auszeichnung, bin glücklich, möchte mich bedanken bei der Jury Technologie des NDR, dass ihr an mich gedacht habt. Aber ich sage es immer wieder, Erfolg hat man nie alleine, Gunther, du weißt das. Erfolg hat man nur zusammen mit einem wunderschönen, guten Team. Und ich habe seit 23 Jahren mein Team, mein Stahlteam. Das musste raus. Eine Krone für mein Stahlteam. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Karl, eben bei der Laudatio wurde ja deutlich, dass deine Frau und die Waldraut ein gutes Verhältnis haben miteinander, sind sehr eng beieinander. Läufst du da nicht gefahren? Jetzt haben wir mal unter uns Männern gefragt, dass du irgendwann der Dumme bist, dass sie hinter deinem Rücken irgendwie so Geschichten erzählen. Ach, weißt du, was da hinter meinem Rücken passiert? Da stehen ja manchmal die Krausbiernen auf, aber was soll ich machen? Es sind halt Probleme, die wir auszuhandeln haben. Pass auf. Du, hör mal Gunther. Ja, Karl? Ich hör. Ich find, ein Mann hat's heut wirklich sehr schwer. Oh ja, heut sind die Frauen schwer zu durchschauen, die immer kranzipieren und wir resignieren. Ja, weil man frustriert nur feststellen kann, der Dumme im Leben ist immer der Mann. Die weibliche Mode ist heut oft sehr kess. Man sieht sehr viel Frau und nur ganz wenig Press. Oh ja, sie geizen nicht mit ihren Reizen. Doch weil wir treu sind, sind wir scheinbar blind. Und tun so, als macht uns solch Reiz nicht mehr an. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Wirst du nur einmal schwach, kein Mensch ist perfekt. Kann's dir schon passieren beim ersten Glas Sekt. Hörst du sie fragen? Noch was vorans denn für'n Wagen? Dein Restverstand warnt dich. Pass auf. Die will dich nicht. Die ist scharf auf dein Konto. Da will sie ran. Der Dumme im Leben ist immer der Mann. Ja, der Dumme im Leben ist immer der Mann. Dankeschön. Dankeschön. Kann ich auch mal ein Richtchen treffen, ne? Ja. Ah, herrlich. Vielen Dank, Herr Molke. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Krone. Und hier, meine Damen und Herren, kommen die Sieger des Grand Prix Vorentscheids in Österreich. Die Gruppe frei. Ein letzter Blick auf das Mäh mit dem goldenen Schein. Am nächsten Tag sollte alles Vergangenheit sein. Auf einmal du mit der Ninde Einsamkeit. Und der Himmel schien bereit, nie versanken in der Zeit. der Himmel. Da fing der Sonne noch einmal an, als ich dich in die Arme nahm. Und die Sterne brachten all ihr Licht zurück. Da fing der Sonne noch einmal an, viel heißer als er einst begann. Dort am Strand, für uns allein, wird die Zeit unendlich sein. Stunden vorher hatte ich noch mein Ticket geholt. In dieser Nacht hat das Schicksal es anders gewollt. Ich schau mit dir noch dem Flugzeug hinterher. Und mein Ticket fällt ins Meer. Denn zu bleiben fällt nicht schwer. Da fing der Sonne noch einmal an, als ich dich in die Arme nahm. Und die Sterne brachten all ihr Licht zurück. Da fing der Sonne noch einmal an, viel heißer als er einst begann. Dort am Strand, für uns allein, wird die Zeit unendlich sein. Da fing der Sonne noch einmal an, als ich dich in die Arme nahm. Und die Sterne brachten all ihr Licht zurück. Da fing der Sonne noch einmal an, viel heißer als er einst begann. Dort am Strand, für uns allein, wird die Zeit unendlich sein. Meine Damen und Herren, als ich so 13, 14 Jahre alt war, da wollten die meisten Jungs Lokomotivführer oder Kapitän werden. Opernsänger wäre übrigens total daneben gewesen. Später kamen dann Astronauten und Kosmonauten schwer in Mode. Ich denke, das muss irgendwie auch immer etwas mit dem jeweiligen Zeitgeist zu tun haben. Wobei ich mich natürlich ganz dringend frage, wessen Geistes Kind unsere Zeit ist, wenn heutzutage ein junger Mensch fast noch ein Kind auf die Frage nach dem Traumberuf antwortet Staatsanwalt. Ansonsten ein völlig normaler Junge. 89 geboren, Hobbys, Fußball und Tischtennis, Fan von No Angels und Bayern München. Allerdings, seine heimliche Leidenschaft, die volkstümliche Musik, ließ sich auf die Dauer eben nicht verheimlichen. Beim Grand Prix 2003 kam er auf Platz 2. Hier ist Claudio Derry. Jovanda, 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 Jovanda. Na, 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 na. Seit gestern wohnt sie hier in unserer Straße. Oh, Mamma mia, Hat Sommersprossen um die süße Nase Oh, Mama Mia Morgen früh werd ich sie in der Schule sehen Wird sie fragen, hey, willst du nicht mit mir gehen? Giovanna, Giovanna, Giovanna Du machst mich ganz durcheinander Giovanna, Giovanna, Giovanna Ich hab mich in dich verliebt Deine Augen sind der Wahnsinn Oh, Giovanna, oh, Giovanna Und mein Herz macht lauter Blödsinn Ich find dich nur wunderbar Sie sagte irgendetwas mit Tiano Oh, Mama Mia Vielleicht glaubt sie, ich sei ein Italiano Oh, Mama Mia Seitdem lern ich Italienisch Tag für Tag Weil ich ihr dann sagen kann, dass ich sie mag Giovanna, Giovanna, Giovanna Du machst mich ganz durcheinander Giovanna, Giovanna, Giovanna Ich hab mich in dich verliebt Deine Augen sind der Wahnsinn Oh, Giovanna, oh, Giovanna Und mein Herz macht lauter Blödsinn Ich find dich nur wunderbar Gelato ist ein Eis Und ein Baccio ist ein Kuss Das muss ich mir nur merken Weil ich sie heut küssen muss Amore ist die Liebe La Luna ist der Mond Ich hoffe, dass sich meine Mühe lohnt Giovanna, Giovanna, Giovanna Du machst mich ganz durcheinander Giovanna, Giovanna, Giovanna Ich hab mich in dich verliebt Deine Augen sind der Wahnsinn Oh, Giovanna, oh, Giovanna Und mein Herz macht lauter Blödsinn Ich find dich nur wunderbar Applaus Meine Damen und Herren Ich möchte jetzt über einen Außergewöhnlichen Mann sprechen Der über viele Jahrzehnte Millionen von Menschen Sehr glücklich gemacht hat Obwohl, als ich ihn kennengelernt habe Da gehörte ich wahrscheinlich Zu den wenigen Die durch ihn eher etwas unglücklich Gemacht wurden Denn als junge Sprecherin Beim Bayerischen Rundfunk Hatte ich in einer Ansage Auf ihn dann ausgerechnet Seinen Namen falsch ausgesprochen Und das war damals im öffentlichen Rundfunk ein ziemlich schlimmes Vergehen Und besonders natürlich im Bayerischen Denn schließlich hatte der Redakteur Fred Rauch bereits vor fast 50 Jahren erkannt Dass die Musik, die dieser Mann aus Slowenien erfunden hatte Nicht Schall und Rauch Sondern etwas völlig Neues war Das er seinen Hörern natürlich nicht vorenthalten wollte Oberkrainer Sound nannte man fortan diese neue Musik Und der begnadete Harmonikaspieler aus Slowenien Wurde mit seinen Original Oberkrainer Bald Stammgast in vielen Rundfunksendern Europas Ja, zum Glück für mich Blieb es nicht bei jener unglücklichen Bekanntschaft Mit dem von mir falsch ausgesprochenen Namen Denn Anfang der 90er Traf ich ihn in meiner damaligen Fernsehshow Die goldene Hitparade der Volksmusik Auge in Auge Und lernte einen äußerst liebenswerten Und bescheidenen Menschen kennen Ja, der inzwischen mit seiner Musik Die ganze Welt erobert hatte Und mit ihr sogar in die heiligen Hallen Eines Herbert von Karajan Und seiner Berliner Philharmoniker eingedrungen war Übrigens versicherte er mir später Als ich ihn einmal von Herz zu Herz zu Hause besuchte Dass es ihm völlig egal sei Wie man seinen Namen ausspricht Und recht hat er Denn alle verkauften Schallplatten Von ihm und seinen Original-Obergreinern Auf einen Turm gestapelt Würden ja immerhin eine Höhe Von 21.000 Metern ergeben Und jetzt halte ich mich An die Regel des Bayerischen Rundfunks Die da lautet Sag niemals Slavko Avsenik Sag immer nur Slavko Avsenik Und leider kann er Auf ärztliches Anraten Heute nicht bei uns sein Dafür waren wir bei ihm Die Krone der Volksmusik Für sein Lebenswerk Geht an Slavko Avsenik Dankeschön für den so großen Schienenpreis Und ich bin überzeugt Wünsche von Sachsen nach Slowenien Zu Slavko Avsenik War richtig Sehr gut Sehr gut Ja? Ja, ja, ja Sag mal Und was ist denn nun das bekannteste Stück? Was meinst du von Slavko Avsenik? Naja, das ist natürlich Nagolici 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 Und deswegen hat Ja, so ungefähr Ich war 1955 Da hat ein Redakteur Sich gesagt Den Namen kann keiner aussprechen Das ist irgendwie Verletzungsgefahr Zungenbrecher Zungenbrecher, genau Und deswegen hat er Einen deutschen Titel erfunden Und jetzt sagen wir es Das Trompetenecho Du sagst es Und dieses Trompetenecho Ja, das gibt es mittlerweile In 400 Fassungen und Aufnahmen Enorm, ne? Und trotzdem erleben wir heute Abend Noch einmal eine absolute Weltpremiere Dieses Stückes Also, ich muss Ihnen sagen Ich habe schon viel Originelles Und Außergewöhnliches gesehen Aber das ist wirklich Was ganz Besonderes Ein oberkreiner Trompetenecho Showtanz Mit dem MDR Deutschen Fernsehballett In der Choreografie Von Ferenc Schallmeier In der Choreografie Von Ferenc Schallmeier In der Choreografie Von Ferenc Schallmeier Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das war schon was. Die nächste Gewinnerin hat in den vergangenen Jahren in ihrer eidgenössischen Heimat nun schon zum vierten Mal den Prix Valo gewonnen. Das ist nicht etwa ein ganz besonders raffinierter Schweizer Käse, obwohl in Sachsen wäre ein Grand Prix ein großes Stück Käse. Nein, es ist die glanzvollste Auszeichnung, die das Showgeschäft dort zu vergeben hat. Benannt ist dieser Preis übrigens nach einem gewissen Herrn Valo Linder und der war einst Mitbegründer des legendären Orchesters Teddy Staufer. Und außerdem noch Unterhaltungschef von Radio Zürich. In Deutschland fast unvorstellbar. Also, dass jemand, der Ahnung hat, weil er selbst vom Fach ist, dann auch Chef wird. Jetzt habe ich mich irgendwie verplaudert. Quasi fast um Kopf und Kragen geschwatzt. Was wollte ich nun eigentlich sagen? Ja, ich freue mich wirklich sehr auf die bezaubernde Francine Jordi. Ich habe geglaubt, es gibt nichts. Das ist nichts, das mich ändern kann. Und dann kommst du und wirfst mich völlig aus der Wand. Nur ein Blick in diese Augen, meilentiefer als ein Ozean. Meine Welt fängt zu tauben an. Alles steht und fällt mit dir. Ich steh körperlos neben mir. Und ich kann nicht mehr schlafen, seit wir uns trafen. Was ist bloß passiert? Alles steht und fällt mit dir. Du verdrehst die Welt in mir. Mann, ich kann nichts mehr machen, ohne zu lachen. Du schlägst in meine Pläne, wie ein Blitz hinein. Und vieles, das so klar schien, weist weder aufs noch ein. Ich bin wachs in deinen Händen. Und kaum, dass ich da eine Stimme höre, find ich selber keine Worte mehr. Alles steht und fällt mit dir. Ich steh körperlos neben mir. Und ich kann nicht mehr schlafen, seit wir uns trafen. Was ist bloß passiert? Alles steht und fällt mit dir. Du verdrehst die Welt in mir. Du verdrehst die Welt in mir. Mann, ich kann nichts mehr machen, ohne zu lachen. Was ist bloß mit mir? Oh, 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 oh. Alles steht und fällt mit dir. Ich steh körperlos neben mir. Und ich kann nicht mehr schlafen, seit wir uns trafen. Was ist bloß passiert? Alles steht und fällt mit dir. Du verdrehst die Welt in mir. Mann, ich kann nichts mehr machen, ohne zu lachen. Was ist bloß mit mir? Alles steht und fällt mit dir. Alles steht und fällt mit dir. Das, meine Damen und Herren, war das Comeback des Jahres 2003. Eine musikalische Wiedervereinigung, die kaum jemand für möglich gehalten hatte. Ziemlich genau zehn Jahre nach ihrer spektakulären Trennung fanden Wolfgang Edenharder und Willi Seitz wieder zusammen. Das legendäre Duo der Volksmusik ist wieder da. Herzlich willkommen. Gut, dass ihr noch mal drüber geredet habt. Das Original-Nabtal-Duo. Die List passiert in all den Jahren, hab viel gelacht und auch geweint. Ich hab's mir nie leicht gemacht. Immer grad heraus mit voller Kraft. Glück und Erfolg waren Gast bei mir. Freunde gab's genug, manchmal zu viel. Habt rausgelernt, war es auch schwer. Drum weiß ich heut, Freundschaft ist mehr. Lass uns noch mal darüber reden. Lass uns wieder Freunde sein. Was mal war, das ist vergeben. Und es gibt's nicht zu verzeihen. Lass uns den Weg noch einmal gehen. Denn zusammen sind wir stark. Schau nach vorn, niemals zurück. Auf der Suche nach dem Blut. Es liegt vor uns, eine neue Zeit. Und wer weiß schon, was morgen kommt. Unser Weg war vorbestimmt. Ich hab' vertraut, was die Zukunft bringt. Mir geht es grad, auch so wie dir. Hab' nachgedacht über unser Ziel. Es gibt so viel, was ich fragen will. Ich tue es nicht. Folgt dem Gefühl. Lass uns noch mal darüber reden. Lass uns wieder Freunde sein. Was mal war, das ist vergeben. Und es gibt's nicht zu verzeihen. Lass uns den Weg noch einmal gehen. Lass uns den Weg noch einmal gehen. Denn zusammen sind wir stark. Schau nach vorn, niemals zurück. Auf der Suche nach dem Glück. Lass uns noch mal darüber reden. Lass uns wieder Freunde sein. Was mal war, das ist vergeben. Und es gibt mich zu verzeihen. Lass uns den Weg noch einmal gehen. Denn zusammen sind wir stark. Schau nach vorn, niemals zurück. Auf der Suche nach dem Glück. Schau nach vorn, niemals zurück. Auf der Suche nach dem Glück. Meine Damen und Herren, der nächste Laudator ist Professor Hanemar Bankhofer. Das ist dieser freundliche Österreicher, der uns morgens im Frühstücksfernsehen, auch in anderen Sendungen, klar macht, was wir tun müssen, um gesund zu bleiben, um gesund zu werden, immer gesünder zu werden, um dann eines Tages völlig gesund zu sterben. Gerade in schwierigen Zeiten ist ja die Volksmusik für viele Menschen durchaus auch so etwas wie Balsam für die Seele. Und genau genommen müssten die Krankenkassen bei jeder CD ein bisschen was draufzahlen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Professor Hanemar Bankhofer wird uns nun eine kleine Vorlesung halten, die nächste Krone der Volksmusik und ihre musikalisch-medizinische Bedeutung für Gemüt und Gehör. Bitte sehr, Herr Professor. Meine Damen und Herren, liebe Zuschauer, da ist der Norbert, der Walter, der Rüdiger, der Alwin, der Valentin, der Kurt und der Karel. Ich nenne sie beim Vornamen, weil ich sie persönlich sehr schätze, weil wir sie alle sehr, sehr mögen. Sieben gestandene Männer, sie kommen aus einer Welt, wo die Natur noch in Ordnung ist, nämlich aus den Dolomiten in Südtirol. Da gibt es noch blühende, naturbelassene Wiesen mit wild wachsenden Kräutern, die von der Naturmedizin ganz Europas heiß begehrt sind. Hier, meine Damen und Herren, leben Sie, hier planen Sie, hier singen Sie, hier üben Sie, hier produzieren Sie, hier erholen Sie sich vom Stress und von hier kommen Ihre CDs an Ihre Fans. Sie wissen, von wem ich spreche, von den sieben Männern aus Kastelruth, von den Kastelrutherspatzen. Ja, und Sie bringen uns natürlich, jawohl. Und Sie bringen uns aus dieser Welt der Gesundheit auch ein Stück Gesundheit mit, denn wir wissen alle, Musik kann Naturarznei sein. Es gibt Studien, die nachweisen, wenn jemand Musik hört, die er sehr mag, dann produziert er in seinem Gehirn verstärkt Glückshormone und schmerzstillende Hormone. Und das bedeutet, dass die Musik beitragen kann, dass man gesünder lebt, dass man gesund bleibt und gesund wird. Und ich weiß es, es gibt Briefe von Fans an die Kastelrutherspatzen, in denen es wortwörtlich heißt, ich zitiere hier Originalsätze, seitdem ich eure Musik höre, hat das Leben für mich wieder einen Sinn, seitdem ich die Musik höre, geht es mir besser, ich bin wieder schneller gesund geworden. Das ist sicher auch ein Teil des Erfolges und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es die CDs der Kastelrutherspatzen in der Apotheke gibt. Sicher. Die sieben Männer haben so viel Erfolg, dass sie einen Echo nach dem anderen bekommen. Acht Stück haben sie schon. Und daher ist ganz klar, meine Damen und Herren, heute für die beste Gruppe, die Krone der Volksmusik für die Kastelrutherspatzen. Ich gebe es dem Norbert Ria, sozusagen dem Hauptsänger, obwohl jeder ein einzelner Vollerkünstler ist. Gratuliere. Gratulation. Gratuliere. 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 Alles Gute. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich darf mich auch im Namen der Kastelrutherspatzen recht herzlich für diese wunderschöne Auszeichnung bedanken. Letztendlich haben wir den großen Erfolg, den Fans euch allen zu verdanken. Ein recht herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass wir noch weiterhin lange viele schöne Lieder für euch singen können. Danke. Die Kastelrutherspatzen. Herr Professor, die Kastelrutherspatzen singen jetzt ein Lied von ihrer neuen LP, von ihrer neuen CD, von ihrem neuen Album. Das heißt, geschrieben für die Ewigkeit. Welche gesundheitlichen Folgen kann das für uns haben? Da kommt mir so ein Gedanke. Man geht in den Musikladen, kauft sich natürlich so vom Ich und dem begehrtesten Preis, ist ja der Musikpreis der deutschen Phonobranche, so eine CD, hat einmal Geld ausgegeben und wenn man sich nicht wohlfühlt, schiebt man die CD ein und muss nicht mehr die 10 Euro Begrüßungsgeld für den Doktor zahlen. Das wäre doch ein neuer Gedanke, ein neuer Gedanke für die Gesundheitsreform, würde Also das gefällt allen außer den Ärzten. Vielen Dank für den Wohlfrag. Alles Gute. Wiedersehen. Danke. Es war irgendein Festtag bei uns in den Bergen, lang, lang ist das her. Und da gab es Geschenke für mich eine Bibel, was sollt' ich mit ihr? Meine Mutter sah mich an, dann nahm sie mich in den Arm, gib gut Acht auf das Buch, denn du brauchst es irgendwann. Geschrieben für die Ewigkeit, schau ins goldene Buch des Lebens. Wenn du die Wahrheit finden willst, such nicht irgendwo, vergebens. Wenn du Hoffnung brauchst, schau zum Himmel auf, da liegt ganz gewiss. Dieses goldene Buch der Ewigkeit, geschrieben auch für dich. Und was wäre ein Sonntag ohne die Bibel, das weiß jedes Kind. Wenn die Glocken erklingen im Echo der Berge, schweigt sogar der Wind. Es gibt Tage ohne Licht, schau dir morgen ins Gesicht. Wo du auch immer bist, ohne Himmel geht es nicht. Geschrieben für die Ewigkeit, schau ins goldene Buch des Lebens. Wenn du die Wahrheit finden willst, such nicht irgendwo, vergebens. Wenn du Hoffnung brauchst, schau zum Himmel auf, da liegt ganz gewiss. Dieses goldene Buch der Ewigkeit, geschrieben auch für dich. Geschrieben für die Ewigkeit, schau ins goldene Buch des Lebens. Wenn du die Wahrheit finden willst, such nicht irgendwo, vergebens. Wenn du Hoffnung brauchst, schau zum Himmel auf, da liegt ganz gewiss. Dieses goldene Buch der Ewigkeit, geschrieben auch für dich. Dieses goldene Buch der Ewigkeit, geschrieben auch für dich. Das goldene Buch der Ewigkeit, geschrieben auch für dich. Unser nächster Gast war vor gut einem Jahr der offizielle Vertreter Südtirols bei der traditionellen Weihnachtsaudienz des Papstes. Bei allem Respekt, aber ich denke auch ohne den Segen des Heiligen Vaters, hätte er den Wettbewerb ein Lied für Tirol glanzvoll gewonnen. Denn er war ja auch schon vorher gesegnet mit einer wunderschönen Tenorstimme. Herzlich Willkommen, Rudi Giovannini. Mein Herz voll Liebe schlägt in unserem Land, mein schönes Südtirol, ich reiche dir die Hand. Für eine Freundschaft, die ein Leben hält, du bist mein Südtirol, das schönste Land der Welt. Als der Herrgott über ein Paradies auf der Erde nachgedacht, hat er einfach ein Zauberland namens Südtirol gemacht. Das soll alles sein, was man sich so wünscht und vielleicht noch viel mehr. Er gab all seine Liebe dafür her. Ein Herz voll Liebe schlägt in unserem Land, mein schönes Südtirol, ich reiche dir die Hand. Für eine Freundschaft, die ein Leben hält, du bist mein Südtirol, das schönste Land der Welt. Große Namen wachen im Himmel über die Freiheit Südtirols. Lauen im Rosengarten, trinkt mit Lust Tränke auf sein Wohl. Wer hier geboren, gibt seinen Schatz der Dolomiten nieher. Alle lieben sie Südtirol so sehr. Ein Herz voll Liebe schlägt in unserem Land, mein schönes Südtirol, ich reiche dir die Hand. Für eine Freundschaft, die ein Leben hält, du bist mein Südtirol, das schönste Land der Welt. Ein Herz voll Liebe schlägt in unserem Land, mein schönes Südtirol, ich reiche dir die Hand. Für eine Freundschaft, die ein Leben hält, du bist mein Südtirol, das schönste Land der Welt. Mein schönes Südtirol, das schönste Land der Welt. Meine Damen und Herren, zur Erinnerung, eine unserer Kronen der Volksmusik können Sie heute selbst vergeben. Und zwar die Krone für das beliebteste deutsche Volkslied. Zwölf Melodien stehen zur Auswahl und Sie haben die Chance, Ihren Favoriten zu krönen, wenn Sie uns anrufen. Sie können das aber auch gleich noch einmal nachsehen oder nachlesen auf der Videotexttafel 382, also 382 in Deutschland. Und unsere Zuschauer in Österreich finden es auf der Teletextseite 340, 340. Also ich bin schon sehr gespannt. Bei unserer Volksliederwahl geht es ja um Ihre Stimmen für ein Lied. Beim Grand Prix spielt ja oft auch die Stimme eine ganz entscheidende Rolle. Wenn beides gut zusammenpasst, dann kommt zum Beispiel der Song Auf das Leben ohne Mühe auf Platz 1 beim Schweizer Vorentscheid. Nicht zuletzt dank der Stimme von Rahel Tarelli. Ja, wir sind reif für die Inseln, das spür ich seit Wochen genau. Sag deinem Chef, du willst Urlaub und dann nichts wie raus aus dem Grau. Einfach los, einfach los Richtung Sonnenschein, glaub mir gar nichts kann herrlicher sein. Auf das Leben, auf die Liebe, trink mit mir auf Amor von Verbot. Auf den Sommer, auf die Sonne und auf dich und auf mich und Amor. Endlich Zeit für uns zwei und für allerhand, was man tut am Stamm, wenn man sich liebt. Ja, dein Kuss schmeckt nach Salz und nach Zärtlichkeit und nach Leben und nach Liebe. Auf das Leben, auf die Liebe, trink mit mir auf Amor von Verbot. Hörst du das Lied dieses Sommers, der Rhythmus erfasst dich sofort. Weißt du, ich schließ meine Augen und Fernweh ist nicht nur ein Wort. Einfach los Richtung Palmenstrand und dann schreib ich verliebt in den Sand. Auf das Leben, auf die Liebe, trink mit mir auf Amor von Verbot. Auf den Sommer, auf die Sonne und auf dich und auf mich und Amor. Endlich Zeit für uns zwei und für Träumerinnen, denn die müssen sein, wenn man sich liebt. Und mein Lied klingt nach Glück und nach Dachbarkeit und nach Leben und nach Liebe. Auf das Leben, auf die Liebe, trink mit mir auf Amor von Verbot. Auf das Leben, auf die Liebe, trink mit mir auf Amor von Verbot. Trink mit mir auf Amor von Verbot. Applaus Schön mal den Saal von der anderen Seite zu sehen. Auch ein schöner Anblick, muss ich sagen. Mein nächster Gast ist einer der ganz Großen des internationalen Showgeschäfts. Seit Jahrzehnten begeistert er sein Publikum in aller Welt und meistens in der jeweiligen Landessprache. Denn er singt seine Lieder in Englisch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Finnisch, ja sogar in Chinesisch und natürlich auch in Deutsch. Er ist aber nicht nur Sänger. Wir kennen ihn auch als Fernsehmoderator, Artist und als Schauspieler. All seine Ehrungen und Preise aufzuzählen, würde eine Extrasendung nötig machen. Seine Lieder sind auf 50 Millionen Tonträgern erschienen und viele von ihnen sind zu echten Volksliedern geworden, die sie alle kennen. Ich teste das jetzt mal. Am Theater, wenn der Text fehlt, hat man ja eine Soufflöse. Lieben Sie Musik? Ja, doch. Kennen Sie sich mit den Texten auch aus? Einigermaßen. Ja, wollen wir gleich mal testen. Ich sing jetzt mal was. Jimmy Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer, doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Meer wollte ich gar nicht. Toll. Meer. Wundervoll. Was sind Sie von Beruf? Den Handelsvertreter. Handelsvertreter. Wenn es da mal schief geht, werden Sie so flör. Wunderbar. Fährt ein weißes Schiff nach Chemnitz. Die haben so schön vorgesagt alle und es ging trotzdem daneben. Ja, jetzt äh, La Paloma O. Hey. Ja, bisschen spät, aber es kam. La Paloma O. Hey. Und dieses Lied, meine Damen und Herren, haben Sie, die Zuschauer der ARD, im letzten September zum Hit des Jahrhunderts gekürt. Und der Sänger, der all diese Lieder berühmt gemacht hat, den haben wir heute Abend zu Gast. Ich sage den Vornamen und Sie sagen den Nachnamen. Freddy. Freddy. Und da ist er. Und da ist er. Ich sage den Vornamen und Sie sagen den Vornamen. Und da ist er. 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 Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo. Amor, ay, que vente conmigo. Amor, ay, que vente conmigo, Chinita, a donde vivo yo. Amor, ay, que vente conmigo. 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 Amor, ay. Aquas wammense. Denn ich bin heute hierher gekommen, um dir noch mal so ein bisschen über die Schulter zu schauen. Wie du das so machst... Wie über die linke Schulter? Schau mal. Ja. Und was siehste da? Es war sehr sehr gut. Schwe tensiona? Das war sehr, sehr gut. Du bist natürlich auch hier. Um schon mal die Luft des Hauses zu schTupper. Genau, genau. Denn am 7. Februar is es so weit, da moderierst du das Winterfest der Volksmusik. Genau hier aus der Stadthalle in Kennnitz. Und schon ein bisschen aufgeregt? Wenn ich dran denke, ja, bei dieser Musik, aber ich freue mich natürlich wahnsinnig. Und vor allen Dingen freue ich mich auf Sie und auf Sie. Ist ein wunderbares Publikum. Wunderbar, ja. Ei, ei, ei. Kannst du schon mal die Atmosphäre schnuppern. Lauter freundliche Menschen. Absolut, absolut. Nun sagen ja die bösen Kollegen, wer übt, hat es nötig. Auch ein bisschen was üben muss man schon. Machst du mal die Ansage für den nächsten Gast? Pass auf, warte. Jetzt gleich hier? Ja, jetzt gleich. Ich habe ihn hier irgendwo stehen. Damit du nicht so im Dunkeln stehst. Ja, den kenne ich gut. Den kenne ich sehr gut. Ich weiß sogar, der hat das gleiche Problem wie ich. Wir werden schon langsam alt. Ja, ja. Er ist aber ein ganz, ganz netter Bursche. Eben sagst du das. Ja, eben. Er ist ein ganz netter Bursche. Ich habe schon viel Spaß mit ihm gehabt. Er zieht mich ab und zu ein bisschen hoch, wenn wir Deutschen beim Fußball nicht ganz so gut waren. Denn er kommt aus diesem Land, wo alle, die dreimal durch die Führerscheinprüfung gefallen sind, ein gelbes Nummernschild bekommen. Genau. Da kommt er her. Und die waren bei der letzten Weltwaterschaft gar nicht dabei. Die waren damals gar nicht dabei. Und wir Zweite geworden sind. Aber dafür ist er heute hier. Freuen Sie sich mit mir auf Jantje Smit. Jawohl. Dunkle Wolken ziehen und Regen fällt auf die Welt. Nur ein bisschen Glück für einen schönen Augenblick, ein bisschen Wärme, die in mir für immer bleibt. Sehnsucht, Sehnsucht nach Sonne, die ganz tief in deine Seele scheint. Sehnsucht, Sehnsucht nach Sonne, wenn du spürst, dass du bist. Dunkel ist vorbei. Dunkel ist vorbei, wieder freier Atmen. Endlich bist du nicht mehr allein. Du freust nie, ausmütlich sein. Dein Gefühl wach auf und auch dein Herz friert nicht mehr. Zum Horizont zu gehen, das fällt dir gar nicht mehr schwer. Und nach langer Zeit, da fühlst du wieder Zärtlichkeit. Sehnsucht, Sehnsucht nach Sonne, die ganz tief in deine Seele scheint. Sehnsucht, Sehnsucht nach Sonne, wenn du spürst, dass du bist. Dunkel ist vorbei, wieder freier Atmen. Endlich bist du nicht mehr allein. Du freust nie, ausmütlich sein. Guten Abend, meine Damen und Herren. In jedem Jahr im Frühjahr gibt es ein Ereignis, das die Schlagerfans auf gar keinen Fall verpassen dürfen. Den Grand Prix Eurovision. Am 30. April 1994 wurde im Convention Center in Dublin in Irland der 39. Grand Prix ausgetragen. Ich war damals der Kommentator für das Deutsche Fernsehen, das heißt, ich saß in einer Kommentatorenkabine und habe als Reporter damals Ihnen das Geschehen nähergebracht. Und wenn Sie mich heute spontan fragen würden, wer hat denn damals gewonnen, dann würden Sie in ein ratloses Gesicht gucken. Ich habe also nachgesehen. Und es war auf Platz 1 Paul Harrington und Charlie McGatigan mit Rock'n'Roll Kids. Auf den dritten Platz kam Deutschland mit der Gruppe Mikado und dem Lied Wir geben eine Party. Nun ja, beides waren keine Welthits und die Interpreten haben wir inzwischen noch lange vergessen. Kurz bevor beim Grand Prix die Ergebnisse verkündet werden, also kurz bevor wir wissen, dass Österreich Deutschland wieder keine Punkte gegeben hat, gibt es ein musikalisches Intermezzo, ein Pausenfüller. Das ist der Zeitpunkt, wo man sich dann nach langen dreieinhalb Stunden ein bisschen die Beine vertreten kann und sich ein Bier holt. Nur diesmal, eben an diesem 30. April 1994, war alles anders. Alle Zuschauer blieben mucksmäuschenstill auf ihren Plätzen sitzen und trauten ihren Augen kaum, was sie auf der Bühne sahen. Mehr als 300 Millionen Zuschauer waren damals genauso beeindruckt und ein Siegeszug rund um die Welt begann. Inzwischen haben zwölf Millionen Menschen die Show live gesehen. Es gab 3500 Auftritte in vier Kontinenten und in ungezählten Ländern. Und seitdem weiß ich auch, was das Sprichwort bedeutet. Klappern gehört zum Handwerk. Und ich weiß, dass es physikalisch möglich ist, so schnell zu tanzen, wie Dieter Thomas Heck redet. Im Mai startet die neue Deutschland-Tournee und wer die Truppe immer noch nicht gesehen hat, sollte sich das nicht entgehen lassen. Und wie Sie gleich sehen können, hat man als ganz besondere Reminiscenz an das deutsche Publikum sogar einen Tanzbären in das Programm aufgenommen. Hier ist Riverdance. Die Krone der Volksmusik an Riverdance. Congratulations. This award is the crown of rock music, Riverdance. So, ein herzliches Dankeschön von den beiden Porträterinnen von Riverdance. Aber ich denke, Sie sind nicht ganz alleine gekommen. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr sehen. Wenn Sie schon die Krone der Volksmusik bekommen, dann sind Sie natürlich auch hier. Meine Damen und Herren, hier ist Riverdance. Die Krone der Volksmusik bekommen, dann sind Sie die Krone der Volksmusik bekommen. Die Krone der Volksmusik bekommen, dann sind Sie die Krone der Volksmusik bekommen. Die Krone der Volksmusik bekommen, dann sind Sie die Krone der Volksmusikcap 16. Untertitelung. BR 2018 Hey! Go! 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. 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 Ein Prost auseinander. Der Anton aus Tirol, Anton, 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 ein Wunder, der Natur. Das war der Anton aus Tirol. Am Ende schließlich in der Kulturfassung mit dem MDR Chor und der Leitung von Professor Howard Arman. Sehr beeindruckend. Alle Künstler, die heute Abend hier in der Krone der Volksmusik auftreten, sind auch auf dieser wunderschönen CD. Also mit anderen Worten, das Beste vom Besten können Sie, meine Damen und Herren, ab Montag käuflich erwerben. Dabei sind natürlich auch die dreifachen Musikantenkaiser in der Jahreswertung von Achims Hitparade. Herzlich willkommen und guten Abend Katharina Herz und Thorsten Benkenstein. Die Sonne versinkt in den Gassen der Stadt, die Sterne gehen über mir auf. Die Nacht liegt vor mir, die nur Einsamkeit hat, die anderen gehen nach Haus. Ich bin so allein und ich weiß nicht wohin, weil ich keine Menschen hier hab. Da führt mich der Weg dort am Bahnhof vorbei und mir ist, als ob er zu mir sagt, Nimm den Letzten zu nach Hause, wenn das Heim in dir brennt. Wenn in langen, dunklen Nächten sich dein Herz nach Liebe singt. Wenn du einsam ohne Freunde, unser fremden Sternen gehst. Nimm den Letzten zu nach Hause, weil man dort gewonnen ist. Wenn du einsam ohne Freunde, unser fremden Sternen gehst. Nimm den Letzten zu nach Hause, weil man dort gewonnen ist. Nimm den Letzten zu nach Hause, weil man dort gewonnen ist. Ich gebe es ja zu, meine Damen und Herren, Chemnitz ist nicht direkt Cannes oder Venedig, aber mittlerweile verbreitet offensichtlich auch die Volksmusikkrone einen gewissen Glanz, der Prominenz aus ganz anderen Bereichen hierher in die Stadthalle lockt. Jan Hofer in der Tagesschau haben wir schon erlebt. Gestern habe ich hier im Hotel die Schauspielerin Anja Kruse getroffen. Ich sage, was machen Sie denn hier? Man kommt sich ja vor wie auf dem Traumschiff. Sagt sie, ich bin in der Krone der Volksmusik. Und was singen Sie da? Ein Loblied. Und das hören wir uns jetzt einmal an. Guten Abend, Anja Kruse. Er ist zauberhaft. Man muss ihn einfach mögen. Deshalb bin ich sehr glücklich, dass ich heute Abend hier die Gelegenheit habe, einmal ausnahmsweise vor einer laufenden Kamera richtig nett zu ihm zu sein. Da, wo die Berge sind, wo die Liebe wohnt, wo die Herzen schlagen, in all diesen Filmen musste ich nämlich immer gnadenlos gemein zu ihm sein. Ich habe ihm in unseren Szenen nach allen Regeln der Schauspielkunst das Leben richtig schwer gemacht. Und kaum war so eine Szene im Kasten, bin ich wieder ganz normal geworden. Dieses Wechselbad, das hat ihn am Anfang schon ein kleines bisschen irritiert. Vielleicht liegt es daran, dass er kein gelernter Schauspieler ist. Ich denke, es hat doch wahrscheinlich mit seinem Charakter zu tun. Denn er ist ein gerader, offener und ehrlicher Mensch, dem Verstellungen und wechselnde Launen eigentlich fremd sind. Zur Schauspielerei gehört das natürlich dazu. Und daran musste er sich erst gewöhnen. Aber das hat er mit Charme und Bravour gemeistert. Und nicht jeder Profi kommt so gut vorbereitet wie er zum Set. Dazu kommt noch seine Lust am Lernen und seine Bescheidenheit. Kurz, es macht einfach Spaß, mit ihm zu arbeiten. Und Spaß, den hatten wir reichlich beim Drehen. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Szene, wo ich also meine Figur Victoria versucht habe, ihn mit einem Bagger über den Haufen zu fahren. Wie das ausgeht, sehen Sie am 8. Februar im ORF und am 21. Mai hier in diesem Sender. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Zuschauer sich wünschen, dass wir beide uns am Ende dann endlich kriegen. Ich meine natürlich im Film. Das geht natürlich nicht, denn wenn es keinen Konflikt mehr gibt, wird die Geschichte langweilig. Also hatte ich als das böse Biest nie die Gelegenheit zu einer Kussszene mit ihm. Aber das werde ich hier und heute Abend schamlos nachholen, denn zu einer richtigen Preisübergabe gehört auch ein richtiges Busserl. Und bevor wir jetzt zur Sache selbst kommen, zur Verleihung der Krone an den besten und vielseitigsten volkstümlichen Entertainer, möchte zur Feier des Tages auch die Victoria, seine liebste Feindin, ganz herzlich gratulieren. Schön, dass ich dich noch sehe. Da kann ich dir zu deinem großen Auftritt alles Gute wünschen. Ich danke dir. Mach schnell ein Gläschen Champagner. Aufgeben tust du auch nicht, ha? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass zu meinem Angebot das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Weißt du, dieses Gefühl täuscht dich. Wieder einmal. Danke für die Blumen. Bringst du mich wenigstens nach Hause? Hey, Willy! Die Dame braucht ein Taxi. Jetzt bist du endgültig zu weit gegangen. Die Krone der Volksmusik für Hansi Hinterseer. Die Krone der Volksmusik für Hansi Hinterseer. Danke. 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 Danke, Anja. Das ist das erste Mal, dass ich dir ein Puzzle geben habe dürfen, offiziell. Weil normalerweise bist du immer die Böse. Danke vielmals. Ich möchte einfach Danke sagen an alle meine Fans. Ich meine, das ist unglaublich, dass ihr mir so in die Herzen geschlossen habt und dass ich das alles so machen kann, wie ich es einfach mache, so wie ich bin. Und ich hoffe, dass wir weiterhin noch lange, so schöne Stunden miteinander verbringen dürfen. Das macht mir ein Riesenspaß. Danke. Hansi, ich gratuliere dir auch ganz herzlich. Du bist, wie ein jeder weiß, Österreicher. Da hat es schon einen Anruf von Hollywood gegeben. Meine Arnie ist ja jetzt in die Politik gegangen. Der ist eine Stelle frei geworden. Action, das wäre doch was für dich. Oh, das ist nichts für mich. Also ich muss sagen, ganz lustigerweise, Anfang dieser Woche ist ein neuer Kandidat in Kitzbühel als Bürgermeister angetreten. Der goldene Toni, Skilegende aus Kitzbühel. Toni Seiler. Will jetzt Bürgermeister in Kitzbühel werden. Das ist nichts für mich. Also das machen andere Leute besser. Nee, sing mal lieber. Dann bist du ganz sicher, dass du den Leuten Freude machst. In der Politik, wer weiß. Ja, und du hast ein Lied extra geschaffen für Anja Kruse, das da heißt, sag's selber. Also selbstverständlich natürlich, Anja, auch für dich, aber natürlich für mein Schatzl daheim und natürlich alle Männer oder Frauen, wie man das mal sehen will, ein Kompliment an den liebsten Schatz. Und zwar, ja. Guck sie an. Ja, wird's gefährlich. Du bist die Schönste. Du bist die Schönste. Zum Fenster rein und wünscht uns guten Tag. Doch du willst weiter träumen und nicht aufstehen, wenn ich sag. Du bist die Schönste, die Besten, die Liebste, die es gibt. Drum bin ich immer noch so wie am ersten Tag verliebt. Du bist die Schönste, die Besten, die Liebste auf der Welt. Ich weiß, dass unsere Liebe ein ganzes Leben hält. Die Welt hat viele Grenzen, doch meine Liebe nicht. Du bist die Schönste, die Liebste, die Liebste, die Liebste, die Liebste, die Liebste. Du bist für mich der Sonnenschein, ein Glück, das jeder sieht. Was ich mit Worten nicht sagen kann, sagt das kleine Lied. Du bist die Schönste, die Besten, die Liebste, die es gibt. Du bist die Schönste, die Liebste, die Liebste auf der Welt. Wenn du mich anschaust und dann fragst, mein Schatz, sag liebst du mich. Sag ich, ich könnte doch niemals mehr leben ohne dich. Du bist die Schönste, die Besten, die Liebste, die es gibt. Und bin ich immer noch so wie am ersten Tag verliebt. Komm, lass dich küssen, lass uns einfach tun, was uns gefällt. Lass dich umarmen, denn du bist der größte Schatz der Welt. Der größte Schatz der Welt, der größte Schatz der Welt. Meine Damen und Herren, Sie haben jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit, um das beliebteste deutsche Volkslied zu wählen. Nachlesen können Sie unsere Vorschläge im Videotext auf Tafel 382, also 382 in Deutschland und Tafel 340, 340 in Österreich. Es gibt natürlich auch sehr schöne Lieder, die nicht auf unserer Liste sind. Zum Beispiel Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Genau. Und mit diesem Lied hat eine junge Dame aus Oelsnitz in Sachsen 1983 im zarten Alter von vier Jahren ihre Bühnenkarriere gestartet. Und hier ist sie mit ihren größten Hits. Guten Abend und herzlich willkommen, Stefanie Hertel. Ich bin immer da, wo die Musik spielt, wo sich mein Herz am wohlsten fühlt. Ich hab normal Musik im Blut und darum geht's mir gut. Ich bin immer da, wo die Musik spielt und immer schnell mein Herz ganz wild. Da kann so viel geschehen und ein Lied sein ist immer schön. Als ich noch ganz klein war, da war jedes Wache breit wie's Meer. Da bin ich gestanden, sah mein kleines Schiffchen hinterher. Ich hab sehen, wie's weiter treibt und am anderen Ufer bleibt. Als ich traurig war, da hat die Mama gesagt. Über jedes Wache geht der Brücke, du musst nur ein bisschen schauen. Komm, ich geh mit dir Stücke, drüber muss ich selber trauen. Jedes Wache hat der Brücke, auch im Leer. Und manchmal muss man halt einen kleinen Umweg gehen. Und manchmal muss man halt einen kleinen Umweg gehen. Immer wieder Sehnsucht, so heißt mein Lied. Immer wieder Tränen, die keiner sieht. Und wenn du sagst, ich komm bald zurück. Warte ich schon heut' auf den Augenblick. Immer wieder träumen von dir allein. Immer wieder Sehnsucht, sagt, muss das sein. Ich möcht' am liebsten bei dir sein, wo du auch bist. Weiß bei dir doch am schönsten ist. Das Leben ist zu kurz und trau' nicht sein. Komm und lach die Tränen aus. Lass in dein Herz die Sonne wieder rein. Und wirf die Einsamkeit raus. Das Leben ist zu kurz und trau' nicht sein. Komm und lach die Tränen aus. Lass in dein Herz die Sonne wieder rein. Und wirf die Einsamkeit raus. Und wirf die Einsamkeit raus. Und wirf die Einsamkeit raus. Wolkenlos, als ob es ewig Sommer wär' Will meine Träume teilen mit dir. Mit dir will ich nie beleben. Bleib da und halt mich fest. Wenn mich mein Traum anfallen lässt, flieg mit mir sterbenweit. In deine Zärtlichkeit. Tausendmal stärker im Sturm der Zeit. Grad wenn es mal keine Sterne schneit. Denn ich weiß, keine Macht der Welt ist stärker als Liebe. Tausendmal stärker. Tausendmal stärker hast mit dir geh'n. Auch wenn wir einmal im Schatten steh'n. Liebe ist stärker. Tausendmal stärker. Tausendmal stärker. Du, 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 du. Du, 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 du. Musik ist ein Leben und Lieder zu singen, das reicht ihm und mehr hat er niemals gewollt. Vergnügen und Freude, das will er uns bringen, denn Reden ist Silber und Singengold. Hei, lo, 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 hei, Der blüht ja so blau Von schwarz-braunen Nüsse Von wandern und reisen Vom Steigen zu Berge im Morgentau Heido, 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 Ho Heido, Heido, Ho, Heido, Ho, Heido, Ho, Heido, Ho Heido, 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 Ho, Heido, Ho, Heido, Ho, Heido, Ho, Heido, Ho Heute sing mir ein Lied, nur für dich, lieber Heido, ein Happy Birthday für dich soll es sein. Musik ist ein Leben und so soll es bleiben. Musik kann die Seele vom Schmerz verfreien. Hei, ho, hei, ho Hei, ho, hei, ho, hei, ho Hei, lo, hei, ho Da ist er. Gerne. Komm, man geht nach vorne. Es ist zwar schon ein paar Tage her, aber du hattest Geburtstag. Es ist noch nicht mal ganz ein Monat her. Ich gratuliere dir ganz herzlich zum 65. Geburtstag. Vielen herzlichen Dank. Wir kennen alle die Gründe, warum es anlässlich deines 65. Geburtstages die große ARD-Gala nicht gegeben hat. Aber vielleicht im nächsten Jahr. Ein Kollege von dir hat mal gesungen. Mit 66 fängt das Leben erst an. Er selbst wäre jetzt quasi drei Jahre alt, glaube ich. Du wärst dann ein Jahr im nächsten Jahr. Kann man da etwas erhoffen? Ja, aber mit einem Jahr kann man ja schon laufen und singen. Nein, wir werden in diesem Jahr die Sendung sehr wahrscheinlich nachholen, bestimmt nachholen. Und darauf würde ich mich schon sehr freuen. Und worauf freuen wir uns jetzt? Ja, ich habe ein neues Lied mitgebracht und es ist aus meiner neuesten CD. Dieses Lied hätte ich natürlich auch in meiner Geburtstags-Sendung gesungen, aber dieses Lied hat für mich jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und ich möchte dieses Lied meiner Tochter Petra widmen. Wir freuen uns. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Ja, mir ist mit einem Mal tief da drinnen so ganz wundersam ums Herz. All meine Blumen will ich dir schenken und ich will immerzu an dich denken. Aber ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Einsam zu wandern, wie fällt das doch so schwer? Ohne den anderen, wie bleibt das Leben leer? Glaub an die Liebe, vertraue dem Geschick. Schließ deine Augen und baue auf das Glück. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Ja, mir ist mit einem Mal tief da drinnen so ganz wundersam ums Herz. All meine Blumen will ich dir schenken und ich will immerzu an dich denken. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. All meine Blumen will ich dir schenken und ich will immerzu an dich denken. Ach, ich habe in meinem Herzen da drinnen einen wundersamen Schmerz. Einen wundersamen Schmerz. Meine Damen und Herren, Deutschland und Österreich haben das beliebteste Volkslied erkoren. Sie haben es gewählt. Demokratisch, öffentlich, rechtlich. Was hätten Sie gewählt? Borsch, was kommt von draußen rein. Borsch, was kommt von draußen rein. Können Sie da auch die zweite Zeile noch singen? Das ist ja in deutschen Landen nicht so weit verbreitet, dass man die Volkslieder kennt. Muss ja wohl mein feines Liebchen sein. Sie haben auch einen. Was hättest du gewählt? Äh, nichts. 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 Das wurde aber gar nicht gesungen. Fällt dir jetzt nichts ein. Was hätten Sie gewählt? Im schönsten Wiesengrunde. Im schönsten Wiesengrunde. Im schönsten Wiesengrunde. So, wollen wir mal gucken, wie das jetzt aussieht. Und Sie können das auch singen. Können Sie auch die zweite Strophe von im schönsten Wiesengrunde? Schmerzerisch. Früher hat das mal geklappt. Machen wir lieber die erste. Also los. Ich will die Volkslieder singen. Gut, dann lassen wir es. Ja. Sie sollen sich nicht quälen. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir wissen jetzt gleich, welches Volkslied das beliebteste Volkslied in Deutschland und in Österreich ist. Ich bin sehr gespannt. Der Herr hatte recht da hinten. Im schönsten Wiesengrunde. Ist auch eines der schönsten. So, nun kann man ja einem Volkslied schlecht eine Krone in die Hand drücken. Das geht überhaupt nicht. Also ich glaube, die schönste Ehrung für ein Lied ist, dass man es singt. Und dazu brauchen wir jetzt den Großmeister des Volksliedes. Und von da kommt er. Gottilf Fischer. Herzlich Willkommen. Gottilf. Grüß dich. Was hättest du gewählt? Ich hätte gewählt, ich bin in Sachsen, wo die schönsten Mädchen wachsen. Gibt's das Lied überhaupt? Nein, das wird von mir neu komponiert. Aha. Ich bin in Sachsen, wo die schönen Mädchen und so weiter. Aha. Ich kenne es zwar nicht, aber es gefällt mir. Sehr gut. Es geht zumindest schon mal gut los. So, und wir bilden jetzt den größten Chor, den die Volksmusik je erlebt hat. Und zwar alle Solisten des heutigen Abends und die Chöre und selbst die Balletttänzer singen mit aus Irland. Und natürlich Sie, meine Damen und Herren, hier in der Stadthalle. Sie zu Hause, wenn Sie mögen, natürlich auch. Und das Ganze unter der Leitung von Gotthilf Fischer. Und ich verabschiede mich von Ihnen in Österreich und in Deutschland. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, Ihr Gunter Emmerlich. Gotthilf übernimmt. Und ab geht's. Jawoll. Bitte schön. In den schönsten Wiesenrunden ist meine Heimat aus. Da zog ich manche Stunden bis dahin hinaus. Ich mein stilles Tal, grüß' ich tausendmal. Da zog ich manche Stunden bis dahin hinaus. Ich muss aus dem Tal jetzt scheiden, wo alles Lust und Klang. Ich mein stilles Tal, grüß' ich tausendmal. Das ist mein Herz des Leidens, mein letzter Tag. Stärk. 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 Hier zur letzten Stunde Applaus Applaus